Die Betroffenen der verheerenden Brände im US-Bundesstaat Kalifornien sollen finanzielle Unterstützung vom Bund bekommen. Das entscheidet US-Präsident Donald Trump am Montag, wie das Weiße Haus am Abend in Washington mitteilt. Unter anderem können demnach Menschen, deren Häuser oder Geschäfte abgebrannt sind, finanzielle Hilfen des Bundes beantragen, um etwa um eine vorübergehende Unterkunft oder Reparaturen zu bezahlen. Die Unterstützung sollen Aufbauhilfen des Bundesstaates auf lokaler Ebene ergänzen, heißt es. Trump schreibt bei Twitter, er habe schnell reagieren wollen, um das Leiden der Betroffenen etwas zu mildern. Er stehe alle Betroffenen bei. Der Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, hat die Unterstützung des Bundes angefordert. Seit Donnerstag wüten gewaltige Feuer im Norden und Süden Kaliforniens. Die großflächigen Brände haben bereits hunderte Quadratkilometer Wald verkohlt und tausende Häuser zerstört. Mindestens 44 Menschen kamen bisher ums Leben. Trump hat sich am Wochenende mit einem Kommentar zu den Bränden viel Kritik eingehandelt. Er hat Behörden in Kalifornien Versäumnisse und Fehler beim Forstmanagement vorgeworfen und mit dem Entzug von Bundesmitteln gedroht, während die Einsatzkräfte dort gegen die Flammen kämpften und Bewohner um ihr Leben bangten. Das hat viel Empörung ausgelöst. Musik Gesang